Ja, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen hier an der Technischen Hochschule in Deggendorf hier am Weiterbildungszentrum. Ich würde Ihnen gerne zum jetzigen Zeitpunkt ein paar Informationen zu dem Master Management mitgeben. Der richtet sich insbesondere an Absolventinnen und Absolventen, die ein wirtschaftswissenschaftliches Erststudium abgeschlossen haben, sei es in Vollzeit oder eben auch berufsbegleitend. Hier wir in Deggendorf haben sehr lange Erfahrung in dem Angebot von berufsbegleitenden Studiengängen, richten sich insbesondere hier an die kleinen und mittelständischen Unternehmen bei uns in der Region, ist aber natürlich auch für solche Unternehmen, die überregional und international unterwegs sind, auch für die sind wir Partner mit unseren Angeboten. Hier im Speziellen jetzt mit dem Schwerpunkt im Bereich Personalmanagement. Hier ist klar festzustellen, dass in den letzten zehn Jahren der Stellenwert des Personalmanagements deutlich zugenommen hat, dass das als einer der entscheidenden Wettbewerbsfaktoren für Unternehmen erkannt wurde. Und wir bieten hier eine Qualifizierung mit diesem Schwerpunkt an, um in diesem Tätigkeitsfeld auch beruflich erfolgreich zu sein. Hierbei bieten wir im Master sowohl eine Vertiefung an, was die operative Personalarbeit mit betrifft, also zum Beispiel was sind Erfolgsfaktoren im Bereich Recruiting, was sind Erfolgsfaktoren im Bereich Talentmanagement, aber auch mit Blick auf das Thema Personalkontrolling, also hier eine entsprechende Bandbreite, wo man sich also wirklich dann danach im vollen Umfang mit der gesamten Bandbreite Personalmanagement beschäftigt. Es wird aber auch darum gehen, hier bestimmte strategische Aspekte zu berücksichtigen. Wie können wir die Unternehmensentwicklung begleiten? Welche Führungskräfte sind diejenigen, die wir brauchen, die dann auch bei uns in den Unternehmen Verantwortung mit übernehmen? Und insofern eine ganze Bandbreite dieser Managementfunktion im Rahmen dieses Studiums zusammen mit uns erarbeiten, ihre Praxiserfahrungen mit einbringen. Und das, denke ich, ist einer der zentralen Vorteile, dass dieses Studium eben berufsbegleitend stattfindet. Das heißt, wir reflektieren Ihre Erfahrungen, die Sie aus Ihren Unternehmen mitbringen und werden die dann auch entsprechend mit Erkenntnissen aus der Managementliteratur verknüpfen, um am Ende Sie letztendlich für eine Funktion in diesem Bereich mit hoher Erfolgsaussicht und Karriereversprechen dann auch für Sie, sagen wir mal, erreichbar erscheint. Herzlichen Dank fürs Interesse. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.